Nachdem sie eine unwahrscheinliche Freundschaft geschlossen hatten, wurde der Junge und sein Wolfswelpe getrennt. Nachdem sie viele Jahre getrennt waren, trafen sie sich im Wald wieder. Früh am Morgen fand der Jäger einen Wolfswelpen. Der Mann war tief im Wald und er war nicht lange dort gewesen. Er hörte die Schreie eines kleinen Tieres und fand einen Welpen, der sich neben einem großen Baum zusammengerollt hatte. Seine Mutter muss ihn ausgesetzt haben, dachte sich der Mann. Er hatte Mitleid mit dem armen Tier und nahm es mit zu sich nach Hause. Als er daheim ankam, liefen seine Frau und sein Sohn wie immer auf ihn zu. Sie sahen, dass er etwas mitgebracht hatte. Er erklärte, was passiert war. Aber seine Frau hielt den Wolf für ein wildes Tier, das nicht in ihrem Haus bleiben sollte. Der kleine Junge jedoch zögerte nicht, sich herunter zu beugen und den Welpen zu umarmen. Der Vater fand die Freude seines Sohnes, den Wolf zu sehen, liebenswert und erlaubte ihm, das Tier zu behalten. Von diesem Tag an wurde der Wolfswelpe das neueste Mitglied der Familie. Trotz der Warnungen, die sie von Nachbarn und Freunden erhielten, zog die Familie den Wolfswelpen auf, als wäre er ein Hund. Um die Sicherheit der anderen Menschen zu gewährleisten, befestigten sie ihn draußen an einer Kette. In der Zwischenzeit ließ die Familie den Welpen im Haus herumlaufen. Sie vertrauten ihm. Obwohl die Mutter anfangs zurückhaltend war, wurde sie schließlich mit dem Wolfswelpen warm. Das lag daran, dass sie sah, welch positiven Einfluss das Tier auf ihren Sohn hatte. Seit seiner Geburt war ihr kleiner Junge immer still und schüchtern gewesen. Infolgedessen hatte er wenig soziale Kontakte. All das änderte sich nun. Nach monatelangem Spielen entwickelten der Junge und der Wolfswelpe eine starke Bindung. Es war, als würde diese Freundschaft dem Jungen neues Selbstvertrauen geben. Seine Eltern bemerkten, wie viel lebendiger ihr Sohn wirkte. Als sie ihn fragten, wie es ihm in der Schule ging, konnten seine Lehrer ihn nicht genug loben. Seine Noten waren besser als je zuvor. Vor Schulbeginn stand der Junge immer früh auf, um mehr Zeit mit seinem Wolfswelpen verbringen zu können. Das Tier war seit dem Tag, an dem sie ihn aufgenommen hatten, immer größer geworden. Die Familie wusste, wie sanftmütig der Wolf war. Sie vertrauten ihm und glaubten, dass ihnen durch die Haltung des Tieres niemals etwas zustoßen würde. Als der Wolf verschwand, wendete sich das Blatt zum Schlechten. Normalerweise ketteten sie den Wolf an den Zaun vor dem Haus. Eines Tages stellten sie fest, dass die Kette gerissen und das Tier verschwunden war. Niemand hatte in der Nacht etwas gehört und die Familie konnte sich nicht erklären, warum der Wolf weggelaufen war. Der Junge war untröstlich. Nach all der Zeit, die sie zusammen verbracht hatten, hatte der Junge vergessen, dass Wölfe wilde Kreaturen sind, die man nicht zähmen kann. Seine Eltern versprachen, ihm einen Hund als Ersatz zu besorgen. Kurz nachdem der Wolf entkommen war, adoptierten sie einen kleinen Husky. So süß der Hund auch war, nichts konnte das Loch im Herzen des Jungen füllen. Es war, als würde das Leben des Jungen aus den Fugen geraten. In den Wochen nach dem Weggang des Wolfs hatte der Junge Mühe, regelmäßig zu essen und spielte in seiner Freizeit nicht mehr. In der Schule fiel seinen Lehrern plötzlich sein verändertes Verhalten auf. Als die Lehrer bei seinen Eltern nachfragten, erklärten sie einfach, dass sie ein Haustier verloren hatten. Doch niemand in der Schule wusste, wie sehr der Junge seinen Wolfsgefährten schätzte. Die Jahre vergingen und der Junge lernte nur widerwillig loszulassen. Die Zeit heilte die Wunden des Verlustes. Der Junge wuchs zu einem erfolgreichen Teenager heran, mit guten Noten und einem aktiven Sozialleben. Er kümmerte sich nach Kräften um den Husky und sie kamen sich mit der Zeit immer näher. Der Wolfswelpe, der der Familie einst viel Freude bereitet hatte, war nur noch eine ferne Erinnerung. Eines Abends plante der Junge, sich mit seinen Freunden im Wald zu treffen. Es war Winter und eine dicke Schneeschicht bedeckte die Berge. Der Junge wollte mit seinen Freunden Schlitten fahren. Er verabschiedete sich von seinen Eltern und sagte ihnen, dass er in ein paar Stunden zurück sein würde. Der Junge wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Als der Junge seinen Schlitten durch den Schnee zog, erinnerte er sich plötzlich an seinen Wolfswelpen. Als er jünger war, sagte sein Vater, dass er den Welpen zuerst zusammengerollt im Schnee gefunden hatte. Eine Welle der Traurigkeit überkam ihn, als er sich an ihren ersten gemeinsamen Tag erinnerte. Der Junge schüttelte die Gedanken aus seinem Kopf und ging weiter. Schließlich erreichte er seine Freunde. Ein paar Stunden lang rodelten die Teenager den verschneiten Hügel hinunter. Schließlich war es für sie an der Zeit zu gehen. Der Junge wollte noch ein paar Mal rodeln, also winkte er allen zum Abschied. Die Gruppe trennte sich und die meisten machten sich auf den Heimweg, nur der Junge blieb zurück. Er fuhr noch ein paar Mal den Berg hinunter und genoss das Gefühl des kühlen Windes. Doch bald wurde es stockdunkel. Der Junge hatte seine Uhr nicht dabei, aber er hatte das Gefühl, dass es schon sehr spät war. Er beschloss, nach Hause zu gehen. Da hörte er etwas hinter sich. Als er sich umdrehte, konnte er nur Bäume sehen. Durch den Wind bewegten sich die Äste und in der Dunkelheit konnte der Junge nicht erkennen, was zwischen den Bäumen lauerte. Der Junge war neugierig, also ging er ein paar Schritte näher an den Wald heran. Diese Bewegung war ein Fehler. Wilde Tiere traten zwischen den Bäumen hervor, ein ganzes Wolfsrudel. Da stand er nun, Auge in Auge mit ausgewachsenen Wölfen. Sie könnten den mageren Jungen leicht überwältigen. Er wusste, dass er ihnen nicht gewachsen war. Er konnte nicht schnell genug zu seinem Schlitten gelangen und selbst wenn, wusste er, dass diese Kreaturen immer schneller sein würden. Er hatte schreckliche Angst. Gerade als er spürte, wie seine Brust vor Angst brannte, kam einer der grauen Wölfe auf ihn zu. Selbst in der Dunkelheit konnte der Junge erkennen, dass er der Größte im Rudel war. Höchstwahrscheinlich der Alpha-Wolf. Wolf. Die riesige Kreatur kam sehr nahe. Sie war nur noch eine Armlänge von dem Jungen entfernt. In diesem Moment wurde dem Jungen klar, wer da vor ihm stand. Sein Wolfswelpe war nicht länger ein aufgedrehtes kleines Wesen, sondern ein mächtiger Anführer. Obwohl sich das Aussehen des Tieres im Lauf der Zeit stark verändert hatte, hatte er immer noch die gleichen Augen. So konnte der Junge seinen Wolf von allen anderen unterscheiden. Auch der Wolf erkannte den Jungen wieder. Als er sich an seinen Geruch erinnerte, heulte der Wolf plötzlich auf. Dann drehte er sich zu allen anderen Tieren in seinem Rudel um und begann zu knurren. Der Wolf beschützte ihn offensichtlich. Die kleineren Wölfe wichen zurück. Einige von ihnen senkten ihre Köpfe. Kurz legte der Junge eine seiner Hände auf seinen alten Freund, bevor er durch den Wald sprintete. Der Wolf hatte ihn vor einem ganzen Rudel gerettet. Der Junge konnte es kaum erwarten, zu seinen Eltern zurückzukehren und ihnen die tolle Nachricht zu überbringen, dass ihr Wolf noch am Leben war. Als er zu Hause ankam, war es schon fast Mitternacht. Seine Eltern waren krank vor Sorge. Sofort umarmte ihn seine Mutter und weinte. In dieser Nacht bekam die Familie nur wenig Schlaf. Die Eltern saßen auf dem Boden ihres Wohnzimmers und hörten ihrem Sohn zu, wie er die Geschichte von der Wiedervereinigung mit ihrem verlorenen Wolf erzählte. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von der Geschichte hältst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns unten ein Like und abonniere diesen Kanal, um mehr besondere Geschichten zu bekommen.